Ich kann Ihnen kurz das Ergebnis der Sitzung mitteilen. Auf meinen Vorschlag hin hat die Fraktion einstimmig beschlossen oder beziehungsweise meinem Antrag zugestimmt, den Fraktionsvorsitz ruhen zu lassen bis zum Zeitpunkt der Entscheidung über das einstweilige Rechtsschutzverfahren beim Landgericht Berlin. Und dann wird neu geredet werden, werden wir die Lage neu beurteilen. Das ist der Sachstand, den wir jetzt hier entschieden haben, gemeinschaftlich. Wie gesagt, einstimmig. Vielen Dank.